Ich bin der Firma Bergholz, auf vielfachen Wunsch wollen wir euch heute mal auch einiges aus der Kategorie 2 zeigen. Feuertöpfe aus eigener Produktion, die gibt es in F2 und in T1 und auch einiges an Cakes, das ist von Triplex, was wir vertreiben und auch zwei eigene Cakes. Und danach kommt noch ein kleines Potpourri aus F4 Produkten aus unserem Sortiment. Fangen wir gleich an mit den Feuertöpfen. Das sind Feuertöpfe im Kaliber 45 Millimeter. Alles Kategorie F2 oder wir haben auch noch eine zweite CE-Zulassung in T1. Jetzt folgt jetzt die erste Batterie, das ist von Fatum, die Batterie Fatum von der Firma Triplex. Wir haben auch schon ein paar h ... D selfie.. ... Vielen Dank. Es folgt die nächste Batterie, das ist eine von uns jetzt, die Aramis. Die nächste Batterie ist die Batterie Spartacus, auch von uns. Das ist eine von uns. Es folgt wieder eine Batterie von der Firma Triplex, die Enduro. Das ist eine von uns. Als nächstes kommt die Batterie Fire Dragon, alles Kategorie F2. Die Batterie Fire Dragon, alles Kategorie F2. Als nächstes die Batterie Lockout. Es folgt die Batterie X Emotion, die schießt gerade und gefächert. Alles Kategorie F2. Die Batterie Fire Dragon, alles Kategorie F2. Und eine letzte Cake von uns, die X Vigor, eine Fächerbatterie. Wir dürfen weitermachen. Die Batterie Fire Dragon, alles Kategorie F2. Die Batterie Fire Dragon, alles Kategorie F2. Die Batterie Fire Dragon, alles Kategorie F2. ... oder drei. Das war nicht mehr Silvesterfeuerrecht.